Dann, Leo, was hast du? Ich habe eine kleine App, deren Name mir gerade schon wieder entfallen ist. Das ist nämlich ein ziemlich seltsamer Name. Die heißt Clock. Man wollte es nicht so seltsam. Und zwar Clock mit KL. Der ist so normal, der Name. Das ist mir entfallen. Aber geschrieben mit KLOK. Also Clock, wie die Uhr, nur in seltsamer Schreibform. So wie der Hans. Nein, nicht das, was dort gerade zu sehen ist. Diese Clock-App hat eine relativ simple Funktion. Sie ist hauptsächlich ein Widget. Und dieses Widget stellt andere Uhren in anderen Zeitzonen dar, mit der dort aktuell herrschenden Zeit. Und hat den Vorteil, dass du sehr schnell sehr einfach diese Zeit verschieben kannst, wenn du wissen möchtest, wie zu einer anderen Uhrzeit die Uhrzeit an einem anderen Ort ist. Und nicht zur aktuellen Uhrzeit. Also ich meine, da kannst du ja auch die Was? Moment, nochmal bitte. Kannst du den Satz mal wiederholen? Das habe ich gar nicht die Uhrzeit verschieben, um die Uhrzeit an einem anderen Ort zu verschieben, zur anderen Uhrzeit. Du möchtest wissen, was? Du möchtest wissen, wie spät ist es morgen früh um acht in San Francisco? Genau. Du schaust am 17 Uhr, 17 Uhr nachmittags schaust du rein und sagst, ich will aber gar nicht wissen, wie viel es jetzt in San Francisco ist, sondern ich will halt wissen, wie viel es heute Abend um zehn in San Francisco ist. Also in Wirklichkeit heute wissen, um wie viel Uhr bei dir morgen die Keynote startet, die um zehn Uhr AM in Cupertino startet. Ich wollte sagen, Zeitumrechnungs-Ups kommen immer bei Keynote-Sachen. Von mir aus auch für die Keynote natürlich einzusetzen, ja klar. Okay, damit verstehe ich es. Ja, dafür kann man es natürlich auch einsetzen und für alles andere, wenn halt jemanden anrufen willst und sagst, ich will den aber morgen um neun anrufen, wie viel Uhr ist es denn dann da, wo diese Person ist und dann legst du dir die entsprechenden Städte, Orte beziehungsweise Zeitzonen da rein und hast es halt als Widget, das Widget kriegt glaube ich vier Anzeigen, ich weiß nicht, ob du noch mehr irgendwie da reinbekommst, das Widget und hast halt darunter diese, man sieht es in den Screenshots schon, wenn man Video zuschaut oder sich jetzt die Seite im nicht mehr existierenden App-Store anschaut, sondern im Browser und ja, das ist einfach eine extrem simple, aber nette Funktion finde ich, man gibt es garantiert auch noch andere Apps, ist aber auch schön umgesetzt und ja, die System-App, die Ur-App hilft einem da halt nicht weiter für dieses spezifische Problem und ich finde es auch ganz nett, das als Widget zu haben und es kostet glaube ich auch nichts. Also insofern kann man da sowieso wenig falsch machen oder es einfach ausprobieren und sich dann überlegen, ob man es blöd findet oder nicht, ist auch keine Werbung drin, zumindest keine ersichtliche. Ja, insofern, das ist mein Pick für diese Woche. Ja, ist dann halt die Herausforderung, ob der auch an solchen schwierigen Tagen wie am Tag der Zeitumstellung dann richtig rechnet? Ja, das habe ich nicht geprüft, weil das ist natürlich klar, Zeitumstellung ist dann die große Frage, ob da alles sauber läuft, vor allem wenn jetzt zum Beispiel in den USA dann schon Zeitumstellung war und bei uns noch nicht, kommt ja bald alles wieder, also da muss man natürlich mal schauen, ob das dann so hundertprozentig klappt. Zeitumstellung und Zeitzonen, keine einfache Geschichte. Nee. Gut, wir linken all das in den Shownotes und dann könnt ihr dort klicken und möglicherweise auf eine Seite kommen, die ich in den App-Store schicke, zurückschickt und dann nochmal lädt und dann nichts passiert. Hm, toll. Alex, was hast du? Ich picke unentschuldigt, ich habe keinen Pick heute. Ich war nicht auf Picks eingestellt. Wie, was ist denn hier los? Du musst auch mal ... Alex, du hast es richtig gemacht. Erst gar nicht auf Picks einstellen. Das war hier, das war hier dritte Sendung in sechs Tagen, nicht wahr? Da wird nicht mehr gepickt. Wir hatten da gerade keine Picks in den letzten zwei Sendungen. Ja, aber jetzt auch, das ist einfach zu viele Sendungen, gibt es keine Picks mehr. Jetzt fahren wir doch nicht in die Logik hier. Jetzt haben wir das. Ja, ich habe keinen Pick in dieser Woche. Pick-Pick-Streik. Das ist ja Wahnsinn. Soll ich was aussuchen, was du gleich pickst? Ich bin wirklich schockiert. Ich bin wirklich schockiert. Ich bin wirklich schockiert.